Moin Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play mit meiner Schwester Vivi UpToDate, nämlich I Am Bread. Das wohl epische, mit den Horrorszenen versetzte Blut-Spiel I Am Bread. Es ist erst ab 21, also vorher dürft ihr es nicht gucken. Deswegen nehmen wir es auch nach, kurz vor 21 Uhr auf. Sagt man es vorbei? Ja. Oh, und nicht wundern, dass wir schon 2 Level freigeschalten hatten. Wir hatten ursprünglich schon mal 2 Aufnahmen, allerdings technische Probleme und so. Wir hatten dann das Problem, ihr habt die Mundbewegung gesehen und so eine gefühlte halbe Stunde später kam der Ton. Quasi das, was ich euch in dem Infovideo vor ein paar Tagen mal gezeigt hatte. Ja, deswegen, wir waren schon in der Lounge, aber extra für euch machen wir nochmal natürlich beides. Und auch für meine Zuschauer, ja, ihr seht, es geht wieder los. Ja. Ich hab's ja gesagt, es war Pause, weil privat muss sie einiges klären, aber nun spielen wir die Toastscheibe. Auf geht's und Toast von daher kann man es auch ein bisschen mit. Steuerung aus. Und jetzt mal gucken, genau, T war hinten und B ist vor. So, das erste, was man will, machen sollte, ist so die Butter rammeln, dass das Toastbrot voll mit Butter ist. Komm. Yeehaa. Freit die Butter. Hips in. Jaaaa. Okay. Somit hätten wir das geklärt. Butter hat verloren, Toast gewonnen, sind wir auch schon leicht bestrichen. Aber das reicht doch natürlich nicht. So. Wir wollen ja rutschen. Äh, ich glaube, ob ich ein bisschen verwixeltes machen soll. Schauen wir mal. Dann müsste man einfach nur aus Gaudin schwarzen Balken einlegen. Ich glaube, das mache ich dann immer auch. Genau. Weil auch ein Brot muss ich ja irgendwie fortpflanzen. So. Nachdem das mit erledigt ist. Schön, dass wir drüber geredet haben über die Brotstilbrotpflanze. Ja, sieht gut aus. Yeehaa. So, denn schon wir mussten rüber. Deswegen nehmen wir den Stuhl als Hilfe. Boah. Nein. Das Toastbrot, nein, das Skateboard hat scheiße. Wegen dem Tellerrand. Na, tolle Brot. Was? Wollte ich sagen, gucke, das ist ein Stuhl auch groß. Ich versuch's. Ich versuch's. Die Toastscheibe ist so mächtig, die gar nicht den Stuhl auch gemacht. Aber wirklich. Warte mal. So. Haben wir gerade Holzsplitter am Toast? Ich glaube auch. Aber ich versuche gerade einfach nur hier hochzukommen. Ah. Ne, habt ihr. Wir haben Holzsplitter im Toast. Oder Teller. Ne, das sind Gräten. Fischgräten. Ah, vom Fisch auf den Teller. Ja. Ne. Das fängt echt gut an her. Das ist halt mit dem Controller etwas schwierig zu steuern. Irgendwie hat das einen Links dran das gute Ding. Ach, nur zur Info, wenn zum Beispiel Stil jetzt verliert, dann spiel ich. Also, wir wechseln sie mal ab. Genau. Das auch wenn, die noch mal die Zeit hat, den Schiefen Tod von Blockers, kaputt machen. Ist ein echtes Drungken? Ja. Mit mir kriegst die nicht. Bam, 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 bam. Komm schon. Will nur kaputt. Der fällt der nicht. Oh. Oh. Wir können auch vorspulen. Oh. Ihr habt die Möglichkeit. Wo? Ja. Ja. das hat einfach mal aus Goldie gemacht, das macht uns Spaß. Ja und bei der ersten Aufnahme hatten wir dann Ameisen und Cornflakes oder Nudeln, was das da hinten sind. Cornflakes, genau. Hat man dann am Toast und ja, einen Bohnen hatten wir auch schon. Ja, ich hab's geschafft, gewollt. So, Achievement, wenn ihr nicht bekommt. Ja. Aber mit Fischbrücken. Du hast Ameisen getötet. Stimmt. Was, Happy? Happy Holiday ist. Ich hab ein wenig der Plage beseitigt, aber das ist sowas von ekelhaft für den ganzen Viechern in der Küche. So, aber nein, das schafft man schon. Haaa. Komm schon. Ich sollte mich an den Spongebug geben, wo ich auch so den Ton hochhangeln muss. Das könnte man auch mal wieder spielen. Könnte man auch mal. Komm schon, geh hoch. Was ich überhaupt sehen will. Ab in die Comments. Für Playstation 2. Na und? Muss man mal gucken, ob dann das Kabel, was ich hatte für die Viechern. Keine Ahnung. Aber ein rein theoretisches Schuss. Komm schon. Ja. Ja. Jawoll. Okay. Schön. Schön rüber slide in den Tykischrad. Zu lassen. Das Geschirr war nicht meine Schuld. Das war das Brot. Komm. 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 Scheiß Gretchen hört auf zu blockieren. Das ist James Bond a la Brot. Das ist James Brot. Das ist James Brot. Brötchen. Achso. Warte. Warte. Ich muss halt gleich rüber. Komm schon. Schrank auf. Wir sind auch zu 30% S-Bar. Scheiß drauf. Bleib. Bleib. Ab. Schrank. Ich weiß gar nicht was Schrank heißt. Kapo. Glaub ich. Da ist der Toaster. Los. Lass uns das Dreckgräten Toaster in den Toaster schmeißen. Genau. Dann hat er aber auch ein bisschen. Wir können uns voll umbringen. So wie auch's. Diese fehlte Musik. Dieses Ding. 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 Wir müssen vorhin, wo wir das episch beschrieben haben. Das Spiel muss definitiv noch einen Lichtschirm von oben einfügen. Achso. Das episch. Das Spiel muss unbedingt schirm machen. Schau mal. Ha. Erstmal muss ich mich hier irgendwie quer drehen. Ey komm. Heute sind wir beim ersten Mal gleich hier. Mhm. Bei der ersten Ausgabe. Ich hab halt leider die Aufnahme nicht mehr. Haben mal so gefailt. Das konnten wir euch nicht antun. Ja auch. So. Ich muss da auch angreifen können. Ist aber nicht. Ja. Komm schon. Stücke. Okay. Sonst mach ich mich nur um die eigene Achse. Das bringt mich nicht. Ah da. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So ein Toaster hat es schon nicht leicht im Leben. Aber es ist ein perfektes Schwung. Gott drück hier. Ne. Ein Stückchen. Nein. Anfallschuldigung. Du dämliche Pemme. Dreh dich doch richtig rum. Wenn du schon gleich siehst. Pemme. Ja. So viel Zeit muss da. So viel Zeit muss da. So. Jetzt aber. Ja. Jawoll. Wir sind ein Großbruch. Ein schönes D. Ja. Ja. Weil wir halt schon nur noch 30% haben. Und so. Bitte. Das war das Spiel. Also ich. Ich mach mal weiter. So. Jetzt sind wir in der Lounge. Und wer sich die Berichte durchlesen will auf Englisch der kann natürlich gerne pausieren und übersetzen. Wir machen uns jetzt nicht die Arbeit. Nein. Weil wir euch brotmäßig unterhalten wollen. Ja. Auf den Hatschen. Das ist gut. Nicht. Und das Sofa. Auch Sofa. Sie sehen schon wieder richtig toll aus. Richtig appetitlich. Ein bisschen Dreck. Möchte man doch glatt in die Ecke. Reiern. Ja. Ja. Das war der Fall. Das war's. Wichtig wäre wenn der auf uns gelandet wäre. Ja. So wie. Hallo. Irgendjemand da. Hallo. Bei dem Level waren wir so weit. Wir wussten wir müssen. Irgendwie auch rüber. Das zum Bode in Kugel hoch weil ich denke mal irgendwie kurz los und. Toasten und so. Ja. So mit Logik. Ja. Das nenne ich Skill. So. Jetzt müssen wir richtig festhalten. Hoch ja. 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 Ich熱. Na das, ich muss uns irgendwie darüber weil mit dem Skateboard das ging noch letztens ganz ganz gut eigentlich. Ja. So. Das mal r magicallyreißen. drauf. Fisch YOURS. the hypocrisy wird es ja immer gar nicht zurましょう aber wir haben eine weitere ce. Keine Butter und mittester schmieren. Ja. Dinge göra nicht so schön. Gibt es eine Business steeplemmende oderítelung Land gekommen. Wer andere selber? Jeha! Jawoll! Okay. Erstmal einmal nach hinten klappen. Weil man kann das auch ein bisschen richtungsmäßig beeinflussen. Ist nur das irgendwie ein bisschen... Ja, ich versuch's grad. Dann würde ich ja eher sagen, Dreh hier hinten rum, oder? Hab schon. Achso, ich muss da vorne auf der Spitze sein. Mach mich nicht unlädtlich. Doch, jetzt sind wir Stück für Stück das hier vorzunehmen. Wir haben's! Äh, haben wir es mehr an? Nein. Jetzt mit Vollgas zum Regal. Achso. Aber, gehen wir mal doch hier hin. Mein Gott, ein Kühnersteinchen, das könnte uns von dem Weg abbringen. Noo! Boah! Und, 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 und. Und, und, und. Hab schon, hab schon, hab schon, hab schon. Hab schon, hab schon, hab schon, hab schon. Oh, da auf dem Kassettenstoppeln. Oh mein, ich bin auch nicht so gut. Das ist schon drauf. Das sind alte 80er Filme. Äh. Äh. Look, actually. Ahja. Sieht bestimmt die Formus. Ja. Auch das Brot hat Bedürfnisse. Mal gucken, dass man irgendwie da hochkommt. Dann würde ich sagen, von da aus, oder? Dann dahinten beim Weißen fällst du runter. Dann da ist Luft dazwischen. Dann kann er zum Regal. Ja. Ja, ich sag bloß, dann geh vom Regal aus drüben. Da wo. Sind wir dann eigentlich beim Richterregal? Kann so hoch nicht gucken. Aber ich denke mal schon. Das wird man oben sehen. Ich geh mal hochhangeln. Jupp, 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 jupp. 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 Ja. Querwegung, man komm schon. Yes. Ja, jetzt irgendwie die Polingkugel. Komm, 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 schieb. Drücken, drücken, drücken. Jo, 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 jo. Ja, klar, ja. Nimmst grad den Pin von mir. Macht nichts. Pff. Schade um den Fernseher. Aber mir ist es egal. Wey. So. Schön, ebenso am anderen. Ah. Einseitig. Der Kegel will gleich mithelfen. So. Andere Seite? Ne. Lass mich wenden. Das reicht schon. Wo ist auch dunkel. Die sind sehr knusprig. Vor allem, guck mal, es ist fett. Ja. Wie es so richtig unterschiedlich ist. Aber, habt ihr glaubt? Ja. So, jetzt lass mich machen. Ich will auch machen. Mal sollen. Ab hier kennen wir es jetzt auch nicht mehr. Nein. Okay. Der schlauft sie mehr. Okay. Einmal mit Adels lassen. F. Die andere Stulle will nicht mitgenommen werden. Wurde auch nicht. Wurden müssen wir jetzt eigentlich hin, ey. Genau. Noch nicht voll aus Moffett. Meinst du, es ist eine gute Idee wegen den Flusen? Anscheinend ja. Aber warum haben wir jetzt eine Viertel abgezogen bekommen? Oh. Ähm. Ich nehme mal einen Toaster oder eine Bowlingkugel mit dem Fernseher. Guck mal, drüben eine Lampe. Die könnte es sein. Ja, deswegen werden sie nicht auch die Schachteln. Müssen wir da hoch. Schieb dich zu den Kisten hin. Ist das wie so ein Kapper, oder? Nicht zwischen Schrank. Hilf hoch! Hi, was haben wir denn? Haben wir schon wieder Frischgräten? Wieder Staubflusen. Achso. Na scheiße, dann haben wir uns ja völlig ansonsten das Bett runtergeschmissen. Na und? Auf dem Bett kann interessant sein. Wow, das war knapp. Katzenbild! Nein! Es wird umfallen. Es fällt! Toll! Ich hab nicht gedacht, wie kräftig ein Stück Brot sein kann. Was ist Martin? Jetzt hat er irgendwie... Jawohl! Nice sitzt auf! Wow! Fuss wie! Ja! Ja! Das geht auch! Ein Mini-Fenster-Kaktus! Jawohl! Kann sich mit den beiden Erdtasten so hin und her klappen. Das ist kein Lamm. Das ist kein Lamm. Das ist eine Pflanze! Das ist eine Pflanze! Wir finden schon noch was! Aber ich denke mal, die Hürden waren hier nicht umsonst. Also vielleicht kann ich von hier aus umgucken. Sieht man hier von nach oben irgendwas? Vielleicht die Lampe? Weil da kommen wir jetzt rauf. Müssen wir uns ernsthaft auf der Glühbirne grillen? Ich meine schon. Das wäre ja echt schwierig. Ich frage es nur, wie kommen wir da wohl? Das geht schon. Tschüss. Tschüss. Ich muss da hochklappen und dann nach rüber auf die Seite, genau. Und klapp, klapp, klapp. Lass dich mal lieber fallen, der Grip reicht nicht. Wir werden, der Grip reicht nicht. Oh. Das denkst du aber, was du? Das war jetzt auch allerhöchste, das war du so mini. Pflanzen, du störst. Einfach mal weg mit der ganzen Scheiße. Das könnten so ruhig mal wieder bringen. Dann sind sie mir Internet angeguckt. Ach so? Kannst du ja noch die alten Folgen kannst du da angucken. Ich hab die nur mit englischen Untertiteln gefunden, es wahrscheinlich besser. So. Mit italienischer Sprache oder so. Mach dich nicht. Den Dominostellen, dass du die Alter verstehst. So. Und jetzt bilden wie auf die Glühbirne reicht das Gefühl. Ich würde sagen, wir klettern da hoch, oder? Ja. Einmal Bergsteiger mit L-Tasten. Rechts. Links. Rechts. Nein. Was ist das nochmal? Mit L? Jo. Und so. Jawohl. So. Vielleicht kann man mit dem Skateboard die Lampe umschmeißen, dass es schon einfacher wird. Was macht die Marmelade hier oben? Ja. 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 Das sieht gut aus. Komm schon. Steck doch. Fußrot. Na du komm. Jawohl. Oh. Vorsicht. Ja. Hat sehr gebracht. Ja. Mit Bügeleisen. Ja. 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 Das geht natürlich nicht. Die Lampe ist nämlich nicht an. Stimmt. Aber das hat gerade erst Licht geschienen. Hätte ich gesehen, dass wir ankommen. Ja. Der kommt. Ja. Der kommt. Ja. Mal mal Zeit. Guck mal ganz gemütlich drüber laufen. Ja. Jule über den Türbogen. Stimmt. Besen, beide vorn. Ja. Die vorn und tüßen. Und mit schwank. Der Türrahmen. Was? Ein Brot auf Abwägen, andere Türen. Beide. Spiderbrot ist verloren im Staub der Nachbarschaft. Es ist tot. Aber für euch geht es in der nächsten Folge weiter. Hier an dieser Stelle. Wir bedanken uns bei Edgar, dass er uns hier geholfen hat durch die Level zu kommen. Aber wir haben ihn schlussendlich opfern müssen. Es tut uns leid Edgar. Lebe wohl. . Untertitelung des ZDF, 2020